Hello, hello, hello. So schön, dass du hier bist. Ich nehme dich heute mal wieder mit in eine kleine Vorschau auf Tag 8 des Internationalen Familie der Zukunft Online Summit. Und es geht um ganz, ganz viele spannende Themen wieder. Und zwar haben wir unter anderem mit Katharina Siegmann darüber gesprochen, welche Lösungen es gibt innerhalb der Familie, wenn man so das Gefühl hat, die Situation, da ist alles so verfahren, da geht gerade gar nichts. Also was kannst du da tun? Das ist eines von vielen Themen, was wir mit Katharina Siegmann besprochen haben. Dann haben wir Dr. Christina Sternbauer am Start. Mit ihr haben wir darüber gesprochen, welche Modelle gibt es überhaupt für Familien, ein freies Leben zu führen. Und Samuel Felix Kegel teilt unter anderem eine wunderbare Übung mit uns, mit dir, wie du morgens hellwach, topfit und voll guter Energie in deinen Tag startest. Ist das mal eine Ansage? Falls du dir dein Freiticket noch nicht gesichert hast, in der Nähe von dem Video findest du den Link. Und jetzt kannst du noch mal reinschauen, was unsere wunderbaren Herzenssprecher von Tag 8 Dr. Christina Sternbauer, Samuel Felix Kegel und Katharina Siegmann aus ihrer Sicht denn noch hier dir beitragen können. Viel Freude dabei und melde dich anschließend an mit deinem Freiticket. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich beim Familie der Zukunft Summit dabei sein darf. Ich bin Katharina Siegmann und ich stehe jeden Morgen auf, damit es friedliche Patchwork-Familien gibt. Ich bin Expertin dafür, wie gute Kommunikation und gute Vibes in Patchwork-Familien herrschen können, wie es ein neues Bewusstsein für die Verbindungen und Zusammenhänge geben kann und wie du wirklich mal raus aus dem Kampfmodus gehen kannst, wie du dich mal wieder rein entspannen kannst und wie du in deinem neu zusammengewürfelten Familienleben ein großes Geschenk erkennen kannst. Also viel Spaß bei diesem Interview und genau, du kannst dich gerne bei mir melden. Die Links findest du unter den Videos. Ich freue mich, dass du hier bist. Der Familie der Zukunft Online Summit ist der Kongress des Jahres, wenn du zu jenen Familien oder Eltern teilen gehörst, die wirklich sagen, ich möchte frei leben mit meiner Familie, ich möchte alles ermöglichen, dass meine Kinder aufwachsen, so wie ich gern aufgewachsen wäre. Es sind hier die absoluten Top-Experten versammelt und inspirierende Menschen und daran unter anderem auch meine Wenigkeit. Gerade komme ich aus dem Gespräch und es war ein so schönes Gespräch mit so viel Inspiration und Input. Es hat mir mega Spaß gemacht. Meld dich unbedingt an, denn ich glaube, es ist der einfachste Weg, wirklich inspiriert und motiviert loszustarten, kostenfrei bei diesem Kongress dabei zu sein. Beim Familie der Zukunft Online Summit melde dich einfach am liebsten gleich an. Egal, ob wir im Leben gesund sein wollen, finanziell erfolgreich sein wollen oder eine tolle Familie haben wollen, es gibt ein paar einfache, fundamentale Dinge, die es braucht, damit wir das erleben können. Und darüber sprechen wir hier in diesem Interview und auch noch in den vielen anderen Interviews und diesem großartigen Kongress. Also melde dich an über den Link, der vielleicht hier um das Video herum ist. Sei dabei und viel Spaß mit den tollen Inspirationen und Informationen für dich. Also bei dir, wie es auf keinen Fall ist, dass es nur einenick, einen Menschenreuk, einen inwegtonen Inspirationen und müsste, Ļe nur ein gestor Eintirmusen, nämlich in diesem Gespräch mit der Lage, wird hier auch gehen müssen. Und du darfst, um dich das BB-D-1 Garten abOME caracter zu Untertitelung des ZDF, 2020